ja leute und herzlich willkommen zu einem kleinen wie log ich habe mir einfach mal gegönnt ich habe mir gegönnt und habe eine coole kamera gekauft um coole videos machen und das ist geil von wo melde ich mich gerade von wo denn ich melde mich gerade das kann ich euch mal zeigen ich kann es euch mal zeigen so ich habe mich gerade schon ein bisschen eingerichtet ich bin so ungefähr nicht aber 20 minuten hier und habe gedacht hey scheiß drauf ich zeige euch einfach mal was jetzt abgeht also hotelzimmer sieht man hier klamotten alles mögliche drin hier hausschuhe braucht man immer das ist gut bettchen schön groß schön großes bett jogginghose immer wichtig wenn man abends alleine ist immer schön jogginghose am start haben hier schon aufgebaut laptop damit man auch ein bisschen zocken kann handy am start hier mietwagen schlüssel kleiner mini fernseher schöne lampe was haben wir noch schönes wir haben was ist das hier eigentlich ich will es gar nicht ich will es gar nicht wissen hier aber wir haben ja kleine wasser kocher mit so ein bisschen zeugen kann man ein bisschen kaffee trinken oder tee das ist auch schön denn hier kleine mini bar mal reingucken so man gibt es hier schöne bierchen cola bisschen wasser orange taft und irgendwas und dopplerone ja aber wenn man natürlich sieht hat jedes einzelne teil 3,50 kostet hier dann lässt man schön die finger davon ich räume die nachher aus macht den schön leer schmeißt das alles da unten rein und dann kommt das nämlich schön da mein zeug rein so essen und so eine kleine garderobe am start hier schön spiegel hier nice nice hier hängt eine jacke weil das zeige ich euch gleich warum erstmal hier schön badezimmer ne haben wir uns auch schon eingerichtet hier föhnen brauche ich nicht warum brauche ich kein föhnen ha ja weil drei millimeter haare aber mittlerweile wahrscheinlich wieder fünf alles hier ausgepackt schon ne zahnbürste deo und ein scheiß hier mit so eine badewanne winzig kleine spanier ja dadurch wisst ihr es natürlich auch ich bin in spanien genauer gesagt in sevilla die spanier sind alle mega klein glaube ich da passt guck mal mein arm mein arm ist schon so groß die wanne auch schon durchgehen gepackt weil duschen kann man auch hier schön ne kacklo und für mich extra extra eingeflogen ein bidet schön so und jetzt drehen wir uns mal wieder oben hier den hopp denn ich zeige euch jetzt wo ich bin ach so hier haben wir noch ein geiles sofa was habt ihr schon gesehen als ihr die klamotten gezeigt habt ne schönes bild an der wand nett zeige ich euch wo ich hier bin wir fangen mal hier an so häuser aber es ist sonne und wie weil es sind draußen verfickte 21 grad wie geil ist das denn und jetzt merke ich gerade wenn ich so stehe das ist so ein scheiß licht ne aber ich will es euch ja zeigen also muss ich es ja so machen und da da sieht man ein fußballstadion alter und da unten ist so ein cooler kinderspielplatz als ich früher kindfall hätte ich sowas gerne gewollt seht ihr den überhaupt ich muss mal selber gucken oh ja ihr seht den ey früher hätte ich das echt gern gehabt so jetzt kann ich mich wieder umdrehen das ist nämlich ein fußballstadion und zwar ist das das stadion vom fc sevilla ich bin nämlich in sevilla geil warum bin ich hier hat mit der arbeit zu tun ich muss halt hier auf den lehrgang und ja das soll es eigentlich auch für dieses video schon gewesen sein ich mal gucken hier ist es ein bisschen schwierig noch manchmal die kamera zu halten weil man das ist ein bisschen so aber das lerne ich auch mit der zeit noch auf jeden fall für video ist die kamera mega geil weil man sich halt sieht und das schlimme ist aber ich müsste eigentlich da reingucken in die linse damit ich euch angucke euch euch aber ich gucke mal auf den bildschirm damit ich sehe was ich mache und das ist eigentlich sinnlos aber egal ähm das war es von dem video schon ich werde hier von der zeit wahrscheinlich ein bisschen was aufnehmen auch noch ähm und dann äh quasi auch noch ein paar zusammenschnitte wahrscheinlich draus machen ähm das seht ihr dann aber in einem anderen video ich hoffe ich glaube ich kann das video sogar hier hochladen es müsste klappen von der von der vom wlan her dauert zwar ein bisschen länger aber scheiß drauf denn lasse ich halt länger laufen wurscht oder also äh wenn euch so vlog krams und sowas gefällt dann könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben und sagen äh macht doch mal mehr davon voll geil weil jetzt hast du ja auch eine kamera und jetzt sieht das ganz gut aus und den braucht man nicht mal aus dem auto raus filmen weil ne man kann es einfach zwischendurch mal machen ist eigentlich ganz fett und äh dann würde ich sagen äh wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut bis dann ciao tschüss